So Leute, willkommen zurück bei X-Blades und ähm, ich werde dieses Spiel jetzt versuchen, okay, es, es leckt gerade etwas, hat es mal, ich muss, okay, jetzt legt es sich, gut, ähm, ich habe auch den PC gerade erst hochgefahren, daher, so, ich werde dieses Spiel versuchen, so schnell wie möglich durchzuspielen, weil ich habe echt keinen Bock mehr auf, Ayumi, oh verdammt. Warte, ah, geht doch, so, ha, tödliche Passage, Passage, am Arsch, so, ach, ja, und wie gesagt, ich werde es so schnell wie möglich durchzuspielen, weil, ähm, ich werde auch die Secret of Mana Videos, die 20 Stück, die ich noch habe ungefähr, ähm, werde ich auch noch hochstellen, weil, ähm, und, geht kacken, ja, ähm, nee, da muss ich nicht lang, wo muss ich lang? Verdammt! Hä? Okay, zurück! Ich gehe hier gerade den falschen Weg, sorry, ähm, what the fuck? Hallo? Weg! Ah! So, ja, ähm, ich versuche... Hä? Wo? Ja, sorry, aber ich bin gerade irgendwie verwirrt, ähm, wo ich lang gehen muss. Ähm, ich weiß, ich wüsste nicht, ähm, ich bin echt verwirrt gerade. Und natürlich macht er keinen Doppelsprung, wieso auch? Bitch, so, danke. Ähm, ja. Da lang, okay. Ja, ich hätte, ähm, denn nämlich zwei Let's Plays starten. Ähm, das erste müsstet ihr kennen und ich musste hier... Wah! Wah! Was? Was bist du? Hilfe! Was? Was? Gemein! Was für ein gemeines Ding! Fick dich! Ah! Mein Gott! Au! Au! Fickt euch doch alle, ihr blöden, verfickten Ratten! Ah! Hallo! Sönke, ähm... Ja, wer kennt das? Ähm... Gut, ähm... Bitch, so. Ich muss mal kurz gucken, äh, ich brauche irgendein anderes Update. Der Koloss ist mir grad irgendwie zu extrem. Ähm... Kostet mir noch für... Wieso mal... Nehme ich das nicht? Ich hab über eine Million! Gott! Gut, ähm... Toll. Das kostet jetzt eine Million. Oh, nicht schlecht. Ähm... Egal. So. Auf jeden Fall brauche ich jetzt am besten Blitzschlag. Weil das Viech ist ein... Ähm... Das Viech ist ein... Ähm... Masch... Mech... Maschinisches... Genau! Ein mechanisches Monster. Gott! Und... Gegen was sind Maschinen wohl anfällig? Ja, genau. Gegen Blitz. So. Das Viech kriegt auch relativ viel Schaden von Blitz. Attacken. Und... Ich hasse es. Dass es die ganze Zeit mich so angreift. Geh kacken. Ich will nichts kaufen! So. Oh, ja. Geile Scheiße! Spinnen, die schießen können. Wow! Oh, ja. Das... Das ist geil. Das ist sehr geil. Ich werde von allen Seiten beschossen. Oh! Wie geil! Oh! Schön, dass ich nicht mehr rauskomme. Hm. Hm. Alter! Scheiße! Ich bin tot! Komm, tötet mich! Das ist... Das ist ja nicht mehr wahr, ey. Ja. Jetzt seht doch mal, wie ich sterbe. Oh Gott. So. Scheiße. Zuweisen. Q-Slot. Ja. So. Auf jeden Fall werde ich jetzt eine Echse auf jeden Fall stehen lassen, weil... Ich meine, es ist schwer. Es ist sehr schwer, diese Spinnenplot zu machen. Plot. Genau. Plot zu machen. So. Einer steht... Zwei stehen noch. Ähm. Zwei stehen noch. Dicker steht auch noch. Ach, ja. Lieber so machen die ganze Zeit und... Kann ich dich auch angreifen? Ey, ja! Ich kann ihn angreifen! Wie geil! Hi! Hö! Von hinten! Ich finde das geil. Yeah! So, danke. So. Zwei. Drei. Ja, greift mich doch an, ihr Pisser, ihr. Ähm. Yeah! Ich hab' ein Schießfragment. Pistolen-Upgrade. Level 3. Fügt Gegner mehr Schaden zu. Ayumi führt verschiedene Nachkampftechniken aus. Am Ende der Kombo folgt einer Pistolen... Äh, ein Pistolenangriff. Klicken Sie zweimal in Folge die LMT-Taste, also die linke Maustaste. Und schießen Sie mit der rechten Maustaste. Oder drücken Sie bla 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 bla. Ah, gut. Also. Warte. Ah, verdammt. Also so ungefähr, oder was? Nö. Schön. Ähm. Stirb, Roboter! Stirb! Mach ich Ihnen überhaupt Schaden, wenn ich nach Kampf gehe? Nö. Hö! Nutzlos! So. Aber so geht's doch angenehm... Also es ist doch schon viel angenehmer, oder? So. Auf jeden Fall für mich. Und Nachkampf. So, was krieg' ich jetzt? Entschuldigung. Gut, ähm. Lange Nachkampf kommen mit einem mächtigen Finalschlag. Neue Pistolenangriff erhältlich. Okay. Ah, neue Pistolen klingen erhältlich. Ah, die sehen doch geil aus jetzt irgendwie. So. Komm her! Golem! Was auch immer du sein sollst. Ähm. Ich denke mal, du bist ein... ein Wach-Golem, oder so. Sieht zumindest so aus. Seiner wisst. So. Weg mit dir. Ich will dich nicht. Ich will nichts kaufen. Äh. Äh. Stirb. Mach ich denen überhaupt Schaden? Nö. Wieso auch? Ach du Scheiße. Jetzt ist noch einer da und... Den muss ich aufpassen. Ich mach dir keinen Schaden, ne? Arschloch. So. Ähm. Ich muss hier auch gleich Pause machen. Wartet mal. So. Äh. Und nochmal... Einmal schlagen. Genau. So sieht's aus. Ja, und hier mach ich mal kurz Pause. Bis gleich. Ne. Wartet. Ich hab noch eine Minute. Äh. Schnell. Wenn ich noch eine Minute hab, dann soll ich die auch nutzen. Ähm. Äh. Auch keine Ahnung wieso, aber ich nutz die einfach. Ähm. Auch wenn's keinen Sinn ergibt. So. Ach komm. Ayumi. Nein. Ayumi. Töte ihn doch nicht. Er ist dein Freund. Er hält dir die Spinnen vom Leib. Oh, verdammt. Erleuchtet Modus 9. So. Er ist aber auch gleich tot. Er wird nicht so drei Videos dauern wie der... Wie der andere Kampf da. Der dauert nur ein. So, aber jetzt mach ich Pause. Bis gleich. Bis gleich.